Sollte ich eine Zinksalbe für Babys Po benutzen? Zinksalbe ist eine weiße abdeckende Paste, die seit vielen Jahren zum Schutz vor Urin und Stuhlgang in der Windelregion benutzt wird. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Zinksalbe gelegentlich auch zur Reizung der Haut führen kann. Daher werden heutzutage eher zinkfreie Salben empfohlen. Diese zinkfreien Salben haben eine gute abdeckende Wirkung, schützen daher vor Urin und Stuhlgang und haben zudem eine Pflegewirkung.